Der nächste Schritt wäre... Oh, da oben ist ein Maunwurfsnest. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne, weil Maunwurfsnest trifft man oft auf Rohstoffe. So, Wölfe töten. Ich sagte Wölfe töten, nicht Orks töten. Ja toll, jetzt hast du einen Vorsprung vom anderen. Weil ihr euch ja unbedingt mit den Orks anlegen müsst. Weg von den Orks. Gibt es hier nicht noch irgendwo den Wolf? Genau, tötet den Wolf da bitte. Oh, und ich habe zweite Luft leider nicht. So, jetzt müsste ich dich nur noch den anderen Wolf alleine töten lassen. Den letzten Wolf, der da irgendwo rumstreunt. Viel zu nah am Orklager eigentlich. Dass du auch deine Punkte kriegst, weil der eine hat ja leider den einen Wolf alleine getötet. Also schnappe ich dich mal und bringe dich direkt in den Wolf rein. So, und dann porte ich dich auch gleich wieder weg. So. Tourmalin? Tourmalin ist gut. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da oben am besten hin? Am besten einfach reingraben. Ah, das ist nur Einstein, hoffe ich mal. Ja, wie ich gesagt habe, jede Menge Ressourcen da oben. Wobei das teilweise, glaube ich, etwas blöd ist hier. Oh, das ist nur eingefährlich, aber weil sie hier bis dicht nachher Holzblöcke setzen. Alles andere ist nicht so wild. Hier ist noch ein kleines Steinvorkorn. So, sind beide Level 8, ja. Ich glaube, ich nehme als nächstes mal zweite Luft. Das ist sicherer als den Plattenpanzer zu nehmen. So, wir haben 20 Tourmalin. Das reicht nicht im Leben. Oh, aber wir sind hier mit dem Raum noch nicht fertig, sehe ich gerade. Hier oben fehlen nämlich noch die Wände. So. Gut. Wobei ich den Raum eigentlich hier in die Richtung auch noch vergrößern müsste. Zumal da auch noch Silber ist. Ja. So. Genug Arbeit für meine Gräfer. Von denen ich mir dieses Mal recht schnell einen Dritten holen sollte. Am besten jetzt gleich. Was hier an Steinvorräten gibt. Schon ziemlich umfassbar. Sowie die Tatsache, dass ich direkt über mir eine Mabwurfshöhle jetzt ausgebuddelt habe. Ja, lassen wir ihn in den Raum ausheben. In den anderen Raum. Und mit dem Holz, was ich jetzt schon habe, durch die ganzen Räume, die ich geplötet habe, fange ich mal an, hier zuzumachen. Und hier oben ist noch mehr. Ist die Frage, ist es nicht einfacher, den Raum hier wahrscheinlich aufzudoppeln. So. Und einfach hier und hier zuzumachen. Wahrscheinlich. So, dass ich einfach so den Raum hier aufdoppel. Ernsthaft, da ist Tourmalin. Okay. Das Spiel ist gemein zu mir. Auf seine eigene Art und Weise. Der Raum sieht gut aus. Mist. So. Dann kann ich jetzt noch mal ein paar Pflanzen aufstellen. Da, Zimmerpflanzen. Wo stehe ich welche hin? Am besten in die Ecke. Fackeln bringen mir gar nichts an Freude. Dann stehe ich hier zwei brennte Flammen noch auf. Guckt euch mal, wie viel Tourmalin da ist. Jo. Langsam kriege ich wieder ein grünes Plus. Also könnte ich mal einen Jungzwerg anfordern, der nachher gleich dann mein erster Forscher wird, wenn ich das Tourmalin hier habe. Weil ich baue ja jetzt hier schöne Verzierungen noch auf. So, du baust da die Sachen auf. Der Raum ist fertig. Da ist unser Zwerg, der nachher zum Forscher wird, wenn wir das Tourmalin haben. Spendieren wir unser Militär eine Puppe zum Üben? Warum ist das auf Null gesprungen? Ach so, müssen die gleichzeitig stehen? Ja, okay, das kommt dann später wahrscheinlich. Fünf Feinde haben wir schon, weil wir siegt. Also das dürfte einfach gehen. Ja, die Übungspuppen müssen gleichzeitig stehen. Und hier ist schön viel Tourmalin. Okay, hier ist viel zu viel Tourmalin. Ich hole mir gleich einen zweiten Forscher. das Blöde ist, da muss ich immer meine ja immer mein Holz darauf verschwenden. das alles wieder hinzubiegen. Also, dass die Räume schön aussehen. Expertenforschungstisch für umsonst. Ich habe jetzt gerade gecheatet, oder? Ja, ich habe gerade gecheatet. Ich habe jetzt gerade doppelt... Ne, habe ich? Ja, gut, ich platziere ihn jetzt nochmal. jetzt ist es fair. Dadurch, dass ich nämlich Pause anhatte, hat er nicht gemerkt, dass ich den ersten Forschungstisch schon platziert habe und hat den zweiten mir auch umsonst gegeben. Und dadurch, dass ich ihn verkauft habe, habe ich 80% der Ressourcen zurückgekriegt, weil er noch im Bau war. Aber sowas mache ich eigentlich nicht. Das war jetzt Bug-Using. Ich habe es jetzt einigermaßen wieder gerade gerückt. Eigentlich habe ich mich sogar dafür bestraft, weil ich jetzt mehr Ressourcen aufgewählt habe, als ich zurückgekriegt habe. Aber ich denke, das ist okay. Dann habe ich schon mal meine beiden ersten beiden guten Forschungstische. Oh, hier hätte ich gerne auch noch. Nee, hätte ich nicht. Ups, das war falsch. Mensch, okay. Mir fällt gerade so auf, ich habe dadurch, dass ich den Raum erhöht habe, es schlimmer gemacht, weil die hier alle rausgucken. Und da ist noch mehr Tourmalin. Tourmalin und Steine. Echt klug von mir. Echt klug von mir. Egal, ich hätte gerne Stühle. Stuhl mit Kisten. Normaler Steinstuhl. Na komm, wir haben jetzt gerade... Nein, 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 nein. Mist. Okay, den einen lasse ich mal durchgehen. Ich habe nämlich nicht daran gedacht, dass wir das Tourmalin eigentlich brauchen. So. Zwei Stühle. Fürs Erste. Und darunter könnt ihr begraben. Dann mache ich erst hier alles dicht und dann kümmere ich mich nach und nach hier drum. Ich muss dann nämlich wie viele Blöcke setzen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. statt den vorherigen drei oder was es waren. So. Oh, wieder ein Gnomenbau. Tja, leider hast du hier unten Gold. Und Gold kann ich gebrauchen. Da ist noch Silber. Ah, und ich kann einen meiner beiden zum Kämpfer ausbilden. Und den anderen könnte ich theoretisch auch gleich zum Fernkämpfer machen. So, fürs Erste. Wie viel kostet das erste Upgrade des Zwerghorts? Tausend. Okay. Ich bin jetzt sträger. Verstehung. Da ist Wie viel... uerer. Ich bin jetzt ein über El alles.